Also wichtig ist jetzt, dass du deine Position suchst und deinen inneren Frieden findest. Ueli, jetzt musst du dich schon ein bisschen konzentrieren, denn jetzt schiessen wäre der scharf. Feuer! Ueli, lachbar! Gib mal die Putze! Jetzt hast du ja wohl wieder neben dem Schmitz getroffen. Gib mal jetzt! Jetzt hast du mir voll in den Sack geschossen. Aber Ueli, jetzt probier mal. Jetzt will ich mal rein sehen, dass ich noch gerinne. Ueli, lachbar! Stoss muss ins Fettlo! Scheisse, Ueli, du blühtest voll. Ja, mach nichts. Aber für das Vaterland vergiessen wir gerne ein paar Truppenblüten. Ja!